Hallo ihr Lieben und da sind wir wieder bei einer weiteren Folge Verrückt ist die Welt Mit Dende und Hedi am Start Was machst du denn da? Versuchst du dir den Hammer an die Wange zu kleben? Warte, 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 warte Das sag ich nur Ja? Ja? Alles klar Es wird, ihr Lieben, es wird Nacht hier Und ich denke mir mal Die werden mal nachts hier im Walde bleiben, ne? Ach ne, ich bin kein Weibkind Aber vorher mache ich mir meine Taschenlampe Guck mal da Ich glaube ich muss meine Ich mache hier noch mal Taschenlampe Taschenlampe So Meistens wird man auch überrascht, wenn man hier im Inventar gerade ist Und dann kommen sie und greifen an So, ein bisschen davon Und Dann machen wir das Oh, was kann ich denn hier Ich kann eine Glasflasche machen Was braucht die Glasflasche? Hey, das hätten wir alles Ja Leute, wir können Glasflaschen machen Für was auch immer Ich bin total begeistert Ich kann auch eine Ein Ratschlag Eine Magelstange von einer Ein Ratschlag? Ja, ich habe einen Ratschlag Das könnte ich auch machen Ja, nice Aber zuerst werden wir uns im Dunkeln hier mal vergnügeln Mal gucken, was hier so lauert nachts Was wirklich so gruselig ist Pädophile Hinterm Baum Was habe ich denn geladen? Achso Dark and Soul Aber wenn was kommt, dann Dark and Soul, ey Nun bin ich immer beim falschen Spiel Warte, 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 lass mich das Alturasama Bleib stehen Der war daneben Bleib stehen, du Hase Hier kommt der alte Hase Scheiß auf Oster Nein Was ist denn los hier? Ist mein Dings kaputt? Na gut, dann geht's mit Schwert weiter Äh, neben mir hat's Mäh Mäh gemacht Alter, hör auf hier rum zu rammeln Ich wollte gerade wieder losbrüllen, dass sie wieder oben warst Beikrabshammer, du wirst gerecht Wo ist sie denn überhaupt? Ach da Ohne Spinnung Lass mich das machen mit den Felsen Das geht wesentlich schneller Ja, ja, ich brauche aber hier Das kann ich nicht Alter Mensch Na, wenn hier so eine Katze kommt, dann bin ich auf jeden Fall geruhigt Du kriegst sie auf jeden Fall niedergeschmettert Ja Wieso habe ich ein Sternchen? Alter, weil du bestimmt bei mir Dings gemacht hast Ich frage mich, wo Odin ist Was habe ich bei dir gemacht? Achso, du müsstest ausgüsten Ja, du hast mich wahrscheinlich getroffen Hast du mir sowas so ein Sternchen hinter deinem Namen? Ich habe ein Sternchen hinter meinem Namen? Ja Interessant Du bist ein Sternchen So, ich habe meinen Zauberstab wieder nachgeladen Lade nach Wo ist der Feind? Wo ist der Feind? Ist hier überall was Was denn? Da wackelt was Juhu Spring Ne, voll krass Jetzt ist es noch Aha, ja stimmt Mh, Hasenbraten Brennst du? Auf Ostern Warte doch mal Aber es sind volllaufen alle Ja, das brennt in mir vorbei Ja, Hase Oh, das glaube ich ja nicht Komm mal her, du Kein Nickel Jetzt reicht es langsam Und dann habe ich eine Katze wegen dir am Popp ist Miau Oh, lebe ab Echt? Heiß Ja Heiß, dann kann ich doch, ähm Ja, hervorragend Was mache ich denn? Muss ein paar Bären essen Ist ein Durst, sollte ich eigentlich auch, oder? Ja, natürlich mache ich auch, aber irgendwie Kommt bei mir immer das Gewicht Ja, eigentlich Mh, 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 mh Tja Alter, was stört denn hier? Alter, die hüppelt hier durchs 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 Ja, dann schauen wir mal weiter Irgendwie verdirbt auch alles schnell, oder? Ja Aber das müssen die alles noch einstellen Besser gesagt Oh, du bist schon K.O. Ich bin auch noch kalt Wir atmen Warte hier Naja, das ist mein Schwert kaputt Der nimmt mit der Axt Was hast du denn gerade gemacht denn, ne? Bist du jetzt warm? Nicht aufgewärmt, ja Warme Gedanken machst du dir? Ach so, verstehe Wo seid ihr denn? In den Teil Hier, gucke mal Warte Vielleicht nochmal Kann ich auch Wohl, das geht nicht Kann ich das auch? Kann ich das auch? Zum Feuerball Ich hab Feuerball 1 Feuerball 1? Möchtest du die Rune der Wärme Das ist hier Rune der Wärme Echt? Mhm Oh, voll Da fehlt mir noch einiges Konnte ich mal machen Was fehlt dir denn da? Ähm Einmal die Scherbe fehlt mir Da musst du Gegen die Büsche boxen Da kriegst du sie auch ganz gut raus Diese Scherben Und Schwefel Da musst du mit der Picke auf Steine klatschen Dann kriegst du das raus Ey, mein Dings ist weg Meine Leuchte Ah Oh, er hat abgeworfen Haha Ich glaub, gleich bin ich wieder voll Da, Nickel Also die Scherben Nö, die Scherben sammle ich gerade nicht Oh, war ungefallen Scherben? Scherben? Ich brauch doch nur eine Scherbe Äh, nein Nur mit der Faust Nur mit der Faust Nicht mit Schwert Habe ich Schwert gesagt? Ja Ja, ja Deine Folge Ja, das wollte ich gerade sagen Ich soll mir eine Folge schauen, wa? Erwan Ich will hier gerne mal Ja, das soll eigentlich mal freigeschalten werden hier Kann ich noch nicht Ah, da ist es Oh, Landwirtschaft Jetzt kann ich mir Ähm Ein Dings machen Und danach kommen dann hier die Pfeile Und dann Ähm Ich fange hier und so zählen Hihi 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 So, schlechtes Fleisch Dann nochmal das Schwert Nein, bitte das nicht benutzen Benutz das nicht Sie hat sicher benutzt Wassermagie Yeah, jetzt kann ich mit Wasserplanschen Du Ich hab ne Rollerfrau getrenne Was kann die denn? Die Wassermagie Weiß ich nicht Äh, Wasserspielchen Ey, ich hab ne Rollerfrau Oh Gott So, ich nehm wieder mein Tor Summer Tor Ich brauche ein bisschen was zu trinken Nein, hart So, füte ich einfach mal Bären Nachts ist ja easy, ey Und ich erzähl dir hier Nachts tobt hier Sämtlicher Scheiß rum Du schreien mal nicht so laut, ne? Ja, aber Nämlich dann kommt irgendwas Und dann haben wir die Arschkarte Der ist einfach so Arschig tot Alter Hi Tor Summer Boah Hab ich mich gerade erschrocken Bei Grabsheimer Mann, dann kannst du doch Ich, ich, gib mir den Hammer wieder zurück, ey Das kannst du nicht machen Mann Ich sammle doch nur Stein Für uns alle Ja, das krieg ich mit Hab ich mich erschrocken, Mann Mein Herz ist in die Hose gerutscht Ohne Witz Oh Gott Ich freu mich Ich hab ne Hammer Kannst du dich bringen Ich kann hammern Ja, du kannst hammern Hammern Oh, ich hab meine Elf, ne Elfen nicht mehr Ist ja doof Ja Hat die einfach Feierabend gemacht Was soll der Mist Guck mal, wer da guckt Guck dann Ich mach das mit dem Schwert, ey Das bringt mehr Die rennen ja wirklich alle weg Ja Doch nicht Ich bleibe die wieder alle stehen Warum sind die nur so doof, ey Mäh, Schafe Aber leider kann man noch nicht sehen, was da Naja Vor allem ist noch ein Schaf Ich seh kein Schaf Ich sehe, ich sehe, ich sehe gar nichts Es ist dunkel Schaf Alter Schafsherde Los, schnapp dir die Schafsherde Ich nehm das Vieh hier aus Los Äh Weißt du was, irgendwann nehme ich das Gerammel nicht viel voll Und dann ist doch was gespawnt oder so Hallo Yes, hab ich drüge getroffen Hallo Schaf Hast du den Bohnen gestampft? Ich krieg nichts raus Doch, jetzt Warum ist mein Schwert schon wieder kaputt? Hab ich irgendwas verpasst? Den Weg eigentlich Den Weg zurück, Merk Einfach den Weg hinterher Entlang Hinterher Nicht hinterher Was hat sie Äh, was ist denn das für ein Buggy Schaf? Was hast du mit dem Schaf gemacht? Ja, der steckt jetzt im Boden Das hat gefa- Das hat geklappt Na gut, dann werde ich Das hier nehmen Schau mal weg Du hast es kaputt gemacht Vielleicht Der Server ist scheiße Was? Vielleicht, vielleicht, äh, ducken Oder vielleicht auch einfach Lass mich das machen Nein Nee Geht schnell Äh, da vorne ist ein Hoppelhase Ich nehm dir den Hammer weg, ey Was? Nee, nee Doch, doch Dann schlappt ihr den Hasen So Fertig Was sieht dein Elbenauge? Ist da hinten irgendetwas? Süßernis Und ein Schick meine Kugel vor Ach Schick meine Kugel vor Ey, mein, mein Viech ist weg Warte mal Besser Da feuert die Fliegt nicht davon Mein kleiner Freund Ist das eher ein Kalipso? Da fliegt ein Viech Da Ein Griff Ein Griff Der tötet uns Äh, was ist das? Ist ein Pegasum? Da ist es Das hier zu gucken Ne, hä, was ist das? Das ist ein Geier Wenn ich es richtig erkannt habe Das ist ein Geier Fack mal nach dem Weg Weg Ein Frock Es ist ein Frock Was auch immer ein Frock ist Frock Frock Es wird Tag, Gott sei Dank Wieso ist da ein Busch? Ja, das ist ein Geier Läuft aber ganz schön komisch Das sind zwei Da schläft was Da schläft was Da ist ZZZZZ da hinten Waren die zu Thänen? Glaub schon Hier schlafen zwei Dinger Achso Fliegt der Fliegt der jetzt weg? Lieb, oder? Wer ist lieb? Hier schläft einer Ist nicht wahr Oh, wie putzig die schlafen Nacht Oh, guck mal Hier ist so ein Langhorn-Dings Ja, bei mir auch hier hinten Glafen alle Leute, was ist mit euch los? Oh, hier ist ein weißes Da hinten Da hinten Hier ist ein weißes Reh-Dings Da ist so ein Stein-Dings Das könnte ein Griffen sein Ne, oder? Das sind Griffen Das sind Griffen Ich glaube, hier sind Drachen Wo? Links Links neben den Griffenpaar Das sind Drachen Das sind wirklich Drachen Ja, da oben Da oben fliegt echt einer Und zwei Einer ist zwischen den Bäumen Drei Einer ist auf dem Boden Der andere schwebt noch Irgendwo Du hast ein weißes gesehen? So ein weißes Oh Gott, hier sind vier Weg hier Weg hier, weg hier Wo ist dein weißes? Ja, da ist ein weißes Ich wusste gar nicht, dass sie auch eine andere Farme haben können Oh Put, put Level spill Wir sollten uns hier echt verpissen Soll ich mal mit dem Hammer draufhauen? Na, vielleicht droppen die ja was, was wir brauchen Alter, da ist es wach Es hat's gehört Wir sollten weg Griffen gegen Drachen Okay, ich bin weg, de Nee, ich glaube, das sind Geier Ja, das ist ein Geier mit Doppelköppen Echt? Ja Sag doch mal nach Okay, wieder zurück Wieder zurück Ich freue mich schon, wenn wir was sehen Ich auch Hier, ich nucke Ah man, ich hab schon wieder die falsche Magie im Stab Ich hab Durst Ich auch Okay, wir müssen echt was sehen Aber wir können es noch nicht freischalten Was ist denn der Schild? Eigentlich können wir ja querfeldein Wie querfeldein? Wo sind wir denn überhaupt lang? Es war so dunkel Na, hier lang Wir sind immer den Weg entlang Ey, schon Hammer, ey Voll pur, ey Hammer, Hammer, hart Voll krass, ey Dann sind wir links irgendwo rein Oder ich meinte links hier Weil Ich Das war ja nicht Keine Ahnung, wie man hier eine Karte öffnete In diesem Spiel Vielleicht sollte man eine Option Mal gucken Eine M vielleicht Karte öffnest du? Das sind wir doch schon Ähm Nein, tust du nicht Erste Enkeln Ey, schön Griffins gesehen Geier Und vielleicht kommt eine Katze und Staminas für den Arsch Mhm Oh, das Vieh gönne ich mir noch Komm her 112 112, du bist gleich tot, wenn du nicht rennst Alter, ich hab's gleich Ah, verdammt Level, ups Ach, ein Level abgemacht Hier Ich werde nicht mehr Ich will erst Level 10 Oh, ich kann ja noch leveln Jetzt kann ich auch wieder Punkte verticken Mach ich mal Gewicht Und vielleicht auch irgendwann mal ein bisschen Durst Ich mache Ich mache Äh Durst hab ich schon Ich mache einmal Unger Stamina müsste ich eigentlich auch mal machen Geh mal schnell was trinken Gesundheit Scheiß drauf Ein auf Gesundheit Ey, ich kann ein Bett machen Cool Ich mach ein Bett für uns Gleich mal Ih, hier ist ein Blatt mit AA drauf Beerenmarmelade Stell aus Beerenmarmelade Was sie zu essen kann Dich mit Nahrung und Wasser versorgen Aha Und die braucht Beeren und Blätter Ah, das ist ein Meteor Da geh ich mal hin Oh Frostblitz Frostblitz kann ich machen Aber da brauchen wir Frostdingens Diese Eiswürfel Aha So ihr Lieben Wir gehen jetzt mal Oh Ah Wir gehen jetzt mal Richtung Ja Wollt ihr mich verarschen? Was für eine Richtung Ihr rennt da schon vor Und lässt mich hier hinten alleine stehen Während ich in mein Inventar gucke? Ich hatte Durst Ich musste ganz dringend trinken Ja, ganz dringend Ey Ich denke, du bist raus Ich denke, du bleibst bei dir Und ich habe gesagt, dass ich jetzt was zu trinken gehe Trinken gehe Ich habe mich abgemeldet, Chef Ja, toll, ey Kann ich nur alleine zockeln Sollen das jetzt heißen Aufpassen Wisst ihr, wie oft es mir passiert ist Dass, wenn ich in mein Inventar geguckt habe Oder irgendwas gekommen ist Und mich angegriffen hat Ich habe doch gesagt Ich gehe schnell was zu trinken holen Weil ich kurz vor verdusten war Voll krass Hab ich eigentlich noch Das ist mein Typ müde Grüße Nacht Finde jetzt überhaupt nicht schlimm Dass dein Typ müde wird Soll er mal Gleich aussperren hier Aussperren, 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 aussperren Raus, raus Was ist denn? Kannst doch nicht mehr auf deine Treibmitglieder aufpassen Ich habe doch auch trinken müssen, ganz dringend Oh ja, ganz dringend Hat schon rot angezeigt, wa? Ja Irgendwie ja schon Na klar Oh, pardon Kann ich nicht abreißen So, hier noch ein bisschen Stein Noch ein bisschen, äh Beelfüll Oh, wer packt denn hier wieder dieses Zeug rein? Was denn? Holz sollt ihr hier reintun Ins Lagerfeuer Aha Wir packten hier schon wieder dieses Gefusel rein Und wer hat das Schieb schon ausgemacht wieder? Ich Kann ich noch irgendetwas hier machen? Ich glaube nicht Haben wir hier noch irgendwas? So Einmal mit Profi So Das Bett Oh, mein Gehirn blinkt Dann weg 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 da Mein Gehirn blinkt Ein leuchtendes Vorbild Komm mal an Tut's im Ernst Was denn? Was wolltest du machen? Dich dazulegen? Ich glaube, das Bett geht kaputt Nacheinander Litt sich das dann schnell wieder auf, oder? Das Bett geht kaputt So Kannst du nicht reparieren? Haltbarkeit Steigt wieder Alles klar Die steht da voll rum So Was? Denn du schnarchst Ach der Scheiße Oh mein Gott Denn du schnarchst Dender, nee Du schließt immer in einem anderen Raum Ja Da bin ich dafür Hey, wie unfair Geil Ich will nicht schnarchen Ganz toll Denn wir machen ein Extra-Zimmer ganz weit weg Unser Dach ist immer noch Auf, kann ich Dach bauen? Ach, schiebiges Schiebige Deckel Alles klar Ach, dazu braucht man Äh, Holz Mhm, mhm Alles klar Alles klar Dann mache ich das Dach mal weiter Was brauche ich jetzt dafür? Was brauche ich? Ach, ein Stück Ja, warum nicht? Ach, Holz Holz, so Müsste ich ja eigentlich Schiebiges Dach Das bist du Mache ich mal ein paar Und dann mache ich uns Eine wunderschöne, ähm, äh, Dache Was Dache? Dache So, das und das und das Nimm mal jetzt nicht diese Blümchen hier raus Diese Was hat Blümchen? Naja, komm weg Dann kann von oben wenigstens nicht kommen Nix kommen Nix Wie so ein Griffen oder was Ja Die können sich auch mal verfliegen Ja, das ist richtig Dreimal Was ist das? Ist das eine Karte? Ja, da, ich wusste ja nicht, dass sie so oft dauert Ich mache es nochmal draußen Ist das eine Karte? So ganz begeistert Also irgendwie Hey, da sind wir Glaub ich Ach nee, da wo ich lang gucke, glaube ich Ja 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 Ich mal Ja Karte fix Sieht aber komisch aus Nee Die Karte Also der Pfeil zeigt mir, in welche Richtung ich mir gucke Sehr, äh, wer ist Feind! Hame, Hame So, das war das Knochenvieh Ich weiß aber an Was? Nice So bist du tot Was hast du getan? Ich habe Nahkampf gemacht Warum spawne ich denn hier? Hier ist eine Steinachs drin Oh, da kann ich ja Minze heißen Ey, alle sind wir begeistert von dieser Karte? Und kriegen den hier nicht mit, wie er sich anschleucht? Was soll das? Oh, Eiswürfel, sehr schön, die brauche ich gerade Eisbrocken Ich gehe wieder ins Haus, da hast du dich ja Ja, da ist dich ja Meine Sachen So, ähm Na, das könnte ich jetzt auch machen Aber Wir machen Was anderes Ja, das machen wir nämlich Was fehlt denn noch? Äh Mindestens hatten wir schon Jetzt einen ersten Tod In der Folge Ja, was will Äh Hä, wieso kann ich das nicht machen? Ich habe die Flaschen Alles Sind doch die Flaschen Leute, wir müssen ein Begräbnis für mich machen Wieso kann ich die jetzt nicht machen? Alles klar Hast du alles? Davon habe ich auch genug So, das einmal rüber Ich habe noch ein bisschen Geld Und den Rest habe ich auch noch Warum kann ich das denn nicht machen? Ähm, ich habe es doch im Inventar Na, ich muss sie begraben Komm, Dennis, spring Wenn sie tun die Graft Das klappt absolut gar nicht Toll Jetzt habe ich umsonst diese Flaschen gemacht Wieso? Ja, da könnte ich jetzt Laut Plan Dann diese Blätter da rein machen Konzentrations-Elixier, ne? Du brauchst eine Flasche Und dreimal, äh, Konzentrations-Elixier Mach doch nicht Habe ich alles im Inventar Hm Vielleicht kannst du es noch nicht machen? Natürlich, ich kann es Ich kann es Ich kann es Das ist traurig Das finde ich ja nicht gut Ende, spring Was ist denn jetzt los? Warte Warte, ich muss mich mal kurz drehen noch Huch dazu Huch, ich so Geht das? Schneller Es geht nicht Was wird Klamsänger? Lichtgeschwindigkeit Ach ja Ich muss sie sich noch ins Bett packen Kannst du auch nicht mehr aufhören zu drehen? He hui he hui Was können wir denn hier noch verzeugs? Du kannst die Klamotten? Du hast dich nicht richtig ausgezogen. Ja, die werden irgendwie bei mir nicht angezeigt. Ja, bei mir doch aber auch nicht. Aber trotzdem, alles nehmen dann ist er nackig. Hab ich doch. Hab ich doch schon. Warte mal, bleib doch mal stehen. Warte mal, wo sind meine... Ich komm gar nicht ran, wenn du da hinten in der Kiste rumliegst. Alles klar, dann nämlich. Was denn? Ich wollte die tausend hinpacken. Nee, ich... Alter, ich würde die gerne mal... ...dass lassen. Oh, jetzt ist er nackt. Ich hab die... Ich hab doch alles genommen. Ich pack deine Klamotten hier rein. Hast du doppelt. Hier, deinen Feuerball hast du da noch. Hier. Aber ich hab doch meine Sache. Ich hab die doch eigentlich angezogen da unten, hä? Ich hatte die angezogen. Was auch immer. Gut, dann machen wir das so... Hä? Wie gesagt, das war ein kleiner Bug. Wie gesagt, ich hatte irgendwie alles angezogen. Sehr merkwürdig. Dann hatte ich Spaß mit dir. Ich glaube, ich versenke die jetzt ins Wasser. Ich mache hier ein Wasserbegräbnis. Das ist schön mit dir. Oh. Boah. Ich hab daneben. Komm, wir müssen ein Wasserbegräbnis machen. Ich muss die rausschleudern. Ich muss die rausschleudern. Huch. Huch. Habs Haus getroffen. Alter. Mach die. Stupida nicht. So, ich brauch wieder was fürs Hirn. Und wir können immer noch keinen Sattel machen. Ich hab hier hinten Spaß im Wasser. Oh man, wie lange dauert das denn? Wir müssen leveln. Ja. Ganz dringend. So, Wasserbegräbnis. Los. Weg mit dir. Warte mal. Hier, das tauschen wir mal damit. Kann ich? Kann ich? Wenn ich sie so... Äbbel. Okay, aber hier ist, äh, bleibt hier unten. So, lass mich in Ruhe. Gut. Sie liegt im Wasser. Das tauschen wir mal damit. Ich hatte Spaß. Geh mal was töten. Wir können doch mal hier die Licht... Alte... Angreifen. Ja. Dann viel Spaß. Ich guck's zu. Du machst mit. Ich würd zugucken. Die schmeißt bestimmt irgendwelche Bälle. Ich bin gerade erst gestorben. Dann machen wir einfach. Ich bin gerade erst gestorben, als jemand anderes. Okay, die hält einiges aus. Ja. Ich komm erstmal nicht weiter. Ich zieh überhaupt was ab. Ich zieh gar nix ab. Ganz klein wenig. Und jetzt ist... Äh. Ich muss mal tauschen hier. Alter, will nix mehr feiern. Ich auch nicht. Autsch. Huch. Ich bin mal auf die Kleinen. Ich kann... Kann jemand schon... Kann jemand noch feuern? Ja. Ja. Au. Ach. Kein Wunder. Ist die immer tot? Ach. So viel Schaden macht sie wenigstens nicht. Aber die hält einiges aus. Ja. Ich kann nix machen. Ich hab die Feuerkristallkugel nicht. Ich kann auch nix mehr machen. Warte mal. Ich brauch nicht schnell was. Ich brauch nicht schnell was. Ich brauch nicht viel aus. Aber die bleibt gerade stehen. Ach so. Nee. Ich brauch hier Zeugs. Warte mal. Das ist acht. Ähm. Schwefel. Ölholzbau. Ich hörts mal ein bisschen hier vor. Ach so. Man macht mehr Schaden mit Nahkampf bei der irgendwie. Nein. Nicht Nahkampf. Warte. 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 ich kann nicht mehr hin einmal und ich bin tot ich kann das benutzen da erstmal schwefel ihr müsst ihr gut zum ablenken ich hoffe ich bekomme jetzt hier schwefel raus oder ich mach das so gut kann ich denn ich kann es immer noch nicht reparieren ernst jetzt kann ich so stimmt mit der nicht ich bin auch recht tot die rennt mir gerade hinterher ich habe keine ausdauer mehr ich komme den berg nicht hoch natürlich holz auch ja ich bin gleich tot weil ich nicht rennen kann hallo ablenkung denn der ist tot und kommt erst wieder ich kann doch nix machen nahkampf bringt mehr bei ihr ja und dann bin ich tot oder wie ja ich ja auch fast ich war doch gerade schon beim nahkampf dran und es kommuniziert ja auch keiner hier mit jemand ist tot jemand ist nicht tot wir kämpfen hier und ich ja nur holz au ja weil ich mir so eine fernwaffe bauen wollte hey sie ist tot hat aber nur ströhn kann man die ab licht was licht zeugs die droppt und pulver zeugs hier echt jetzt oh wir sind schon bei 35 minuten für was wir auch immer dieses pulver brauchen wir müssen uns erstmal hier schön heilen und tschüss und bis zur nächsten folge Tschü-tchü